Jeder Catwalk-Nutzer kennt und schätzt den Einsatz der Hilfslinien. Viele wissen aber nicht, dass die Hilfslinien fast zu jeder Zeit zur Verfügung stehen. Ich möchte in diesem Video ein Beispiel für den Einsatz der Hilfslinien während Funktionen im 2D wie auch im 3D aufzeigen. Im zweiten Beispiel möchte ich gerne diese Fläche kopieren nach hier oben und merke nun, erstens habe ich keinen greifbaren Punkt und zweitens möchte ich noch Luft zum Boden einplanen. Viele Nutzer brechen hier den Kopiervorgang ab, fügen eine Hilfslinie ein und holen sich danach die Fläche wieder. Wie in fast allen Funktionen kann ich hier aber mit 0 das Hilfslinienmenü aufrufen. Ich wähle die Distanzlinie aus, definiere einen Wert, setze diese Hilfslinie. Mit dem ersten rechts gelange ich zurück ins Hilfslinienmenü, mit dem zweiten rechts beende ich die Hilfslinie und kehre zurück in den Kopiervorgang. Die Fläche ist immer noch am Cursor und ich kann diese hier absetzen. Somit muss ich den Kopiervorgang oder welche Funktion auch immer nicht unterbrechen, um Hilfslinien einzufügen, sondern kann mit 0 dieses Hilfslinienmenü aufrufen, nutzen und wieder zur Funktion zurückkehren. Das Aufrufen der Hilfslinie mit 0 in den einzelnen Funktionen funktioniert natürlich auch im 3D. Ich habe mir hier eine Szene als zweiten Schnitt angelegt. Ich möchte nun in diesem Bereich eine VBA einfügen. Ich wähle A für Achse, Alt-T für VBA, wähle Materialunahme und nun merke ich auch hier Stopp. Ich habe da die Hilfslinie vergessen zu setzen. Auch hier kann ich mit 0 das Hilfslinienmenü aufrufen, wähle Y aus, M für Mittelpunkt in der Mitte dieser zwei Punkte, beende das Hilfslinienmenü und bin immer noch in der Funktion Einfügen der VBA. Ich wähle den Startpunkt, die Richtung und den Wert und wähle schliesslich die gewünschte Schraube aus. Ich möchte hier noch kurz vorbohren. Somit musste ich auch hier die Funktion nicht unterbrechen, sondern gelangte mit 0 ins Hilfslinienmenü zurück und bin immer noch im Einfügemodus. Ich hoffe, auch dieser Tipp erspart dir einige Klicks.